Herzlich willkommen zur weiteren Folgekarte für den Marsch. Wir fahren jetzt den LKW zurück mit Anhänger zum Hof und steuern ihn nochmal weg. Mir ist jetzt eingefallen, was das links sein könnte. Wahrscheinlich ist das für die Baumstämme, die produziert werden, die man da abgeben kann. Weil man die ja so an sich nicht verkaufen kann, sondern nur ein Segelwerk nutzen kann. Und da ist es, verstanden ich, der Trigger für die selbstgebauten oder selbstgefertigten Baumstämme. Also das verarbeiten wir im Grunde erstmal nicht. Wir produzieren immer keine Bäume. Natürlich wäre hier ein bisschen Platz. Aber gut, das ist noch nicht so wichtig für uns. Das kann jeder machen, wie er will. Ich persönlich werde das Holz erstmal in den Wald fällen, auch wenn es länger dauert. Gehen wir mal schauen, was wir machen werden. Gras ist gedüngt. Wir haben ein paar Kühe kaufen, denke ich mal jetzt. Vorbeigefahren sind wir gerade am... Ja, ein Hofeinfahrt eigentlich, ne? Aber das macht ja nix, ne? Fahre wir halt hier. Das stellen wir hier mal so ab. Den LKW brauchen wir auch mal nicht. Beziehungsweise brauchen wir den schon. Wir wollen ja mal ein paar Kühe holen. Vielleicht haben wir so festgestellt, dass die Kühe, die wir aktuell haben, ist eigentlich ein bisschen wenig. Da ist der blaue LKW. Ich habe den blauen LKW gefunden. Der ist in der Garage. Ja, man könnte auch der Rest verkaufen, ne? Das wäre so eine Option. Wo ist unser Viehtransporter? Ja, das war da nicht in der Garage. Hier vorne? Ja, ne. Nun mal ab und zu mal müsste ich einfach ein paar Mods aus. Das kann schon mal passieren, dass man ein... ein Fahrzeug hat und dann plötzlich nicht mehr. Das kann schon passieren. Also das ist... würde ich mal nicht ausschließen. Aber wir brauchen den sowieso. Ich habe nämlich mir... für unsere Ferkel mir in den Stall zugelegt. Erstmal schauen wir, ob wir Ferkel haben. Jetzt ist die Zeit des Wachsens. Also hier, also laut Thesen, geht Erden sowieso noch nicht. Also spätestens im späten Herbst. Ist aber im Grunde... nicht logisch. Sag mal so. Weil, äh... viele Sachen werden schon im Juni geerntet. Und hat das mir, sag mal, anfangen. Ja gut, da hingestellt ist auch so. Weil hier die Ernte kriegt das rein bis zum Herbst. Das macht keiner. Keiner macht hier Weizen bis zum Herbst. Also das ist... vergiss es. Das läuft, funktioniert nicht. Also der Weizen ist spätestens im August ist der erledigt. Also dann sollte er weg sein. Im August ist auch der Raps, dann haben die irgendwo ihren festen Zeitplan. Also das funktioniert nicht. Schweine haben wir schon Ferkel. Wir haben 63 Schweine. Wir haben noch keine Ferkel. Ich habe mal fest. Ferkel, wie kann man die erkennen? Ja gut, ganz einfach. Am Kilo Gewicht. Und Ferkel ist ziemlich leicht. Sollte um die... Ich schätze mal 20 Kilo haben. Und dann ist schon schwer. Beim Kalb ist es ähnlich. Da haben die ungefähr um die 50. Also... Also keine 499, sondern 50. Wir kaufen mal Kühl. Wir haben aktuell auch keine Massbohlen. Das ist Absicht, weil ich hoffe ja, dass wir männliche Tiere bekommen. Und dann Natur ist meistens so. Da sind die Chancen. Ich sage mal ungefähr 50, 50. Also... Da hoffe ich, dass wir auch ein paar männliche Tiere kriegen. Das sind unsere dann Masttiere und die weiblichen Tiere. Ja gut, dann ist ja eine Überlegung. Behalten wir die oder verkaufen die auch bei der Sohn als R. Citys. Kann man das sehen? Ja. Ja, aber gut. Das ist immer nichts für mich. Da sind wir eine Meldung auf Englisch. Das ist immer unwitzig für mich. Ich kann immer nicht ein Ziffern. Das ist immer hochinteressant. Ja, gebe ich zu. Aber... So, Kühe. Gut, das ist ein Schaf, ne? 50 Kilogramm ein Jahr. Gut. Das ist aber ein Schwein. Gut, wir wollten mal gucken nach... Unsere Hauptschleinkuh. Weiblich. Wir haben ja davon eh schon welche. Aber wir legen dann ein paar zu. Und zwar... Anhänger ist voll. Steht ihn. Schick. Nachfrage bei Reifeisen. Was wollen die denn haben? Reifeisen. Weil viel haben wir noch nicht. Nee. Getreide AG, Bahnhof, Aldi, Baumarkt. Klärwerk. So. Das wäre theoretisch eine blaue Schrift, glaube ich. Ja, Weizen. Gut. Haben wir nicht. Also im blauen Pfeil. Also... Da wird der Preis im Grunde tabiert bleiben. Aber Weizen haben wir nicht. Wir haben vom Acker was. Aber den haben wir nicht reif. Das ist schon ein Problem, ne? Abdeckung öffnen. Ja, so ein bisschen Luft rein kriegt, ne? Ich auch mal was, ne? So. Müssen wir mal den LKW reparieren. Mal waschen. Aber die Scheiben sind noch sauber. Ups. Beinahe vorbeigefahren. Dann können wir dann gleich wieder Kühe Wasser geben und Butter. So, dann nehmen wir hier mal ran. Links. Oh, passt schon. Ja. Da nicht. Das waren Wischeltiere. Das ist mal interessierend. Also... 14. Das sind die ganz, ganz neuen. Diese hier. Zwei Jahre wachsen. Die erste Kuh... Nicht schwanger. Die zweite schon. Nur, guck mal, fünf Jahre. Ja, ja. Halbes Jahr. Auf nächstes Jahr im Sommer. Und das sind die... Pina 22, die ältesten Tiere. 400 und... Aber hatten wir viele Kälber. 94, das sind die nächsten älteren Tiere. Und 94 sind die ganz jungen. Da kaufe ich noch dazu. Ich denke mal, bis wir... für zwei Tiere noch ungefähr haben. Also irgendwie genug. Denn wir haben genug Mischfutter. Wir haben ja genug... genug Heu. Wir haben genug... Stroh, wenn wir auch genug bekommen. Da haben wir etliche Felder... mit Stroh. Und die Lage haben wir auch schon... Haufen. Einige Wiesen wachsen aktuell noch. Also da können wir noch... gut... rausholen. Erden geht ja noch nicht. Das ist ja das ganze für die Lämmer. Aber das wird ja noch was werden. So, hier. Sind wir da. Aufladen. Beste Kuh. Wir gehen nicht viel weg. Das sind so eine... Bezöchterung von den USA. Für WM-Region. Ungefähr 16 Tiere. Rett ihr in der... Ja, dann können wir... ja auch voll einsteigen in die Mistproduktion. In Anführungszeichen. Sobald wir Stroh haben. Dann kommen die Tiere an Stroh. Dann werden wir dann so... Und dann können wir Dünger herstellen. Das ist wie gesagt immer nicht realistisch. Weil Dünger wird hier anders hergestellt. Aus Kunstmineralien sind wir so. Kalium und so. So. Dann können wir näher schön Futter geben. Und Wasser. Aber die Tiere werden nicht mehr angezeigt. Das ist halt so. Aus... So. Technischen Gründen geht das nicht. Aber so ein Stall. So. Dann machen wir rein theoretisch. Oder... Ich wollte noch ein Dingsbaum. Ein Stall. Ein Stall. Ja. Gebäude. Mal gucken was ist. Platzierbare Beute. Da. Tierhaltung. Neuen Schweinestall. Das ist ein Großbeinestall. Das ist ja der von Lizard. Von der Firma hier. Von Giants. 300 Schweine. Ohne schlecht. So. Das ist ja der Kuhstall. Hat nicht funktioniert hatte. Ich war nicht mehr. Hab ich mal gehabt. Das hat nicht funktioniert. So. Lechhof. Lechhof. Das ist der Bio-Fanestall. Jetzt sind die Stelle die ich jetzt neu habe. Diese Beine. Einmal für 60 Tiere. Einmal für 90 Tiere. Mal gucken wie die entsprechend aussehen. Die sind nicht so groß. Da wäre noch Platz hier oben vielleicht. In der Ecke. Müssen wir ein bisschen drehen. Dass wir uns ein bisschen nach hinten verschieben. Das wäre da ein bisschen ungünstig. Weil es da rein geht. Vielleicht kann man das auch ein bisschen anders drehen. So zum Beispiel. Wäre auch ungünstig. Wäre genau eine Einfahrt. Da muss man den. Heutigens da bisschen nach rechts schieben. Weil das wäre auch schlecht. Da oben ist auch ganz ungünstig. Aber so wird es geht theoretisch. Wenn man das ein bisschen. Dass es so steht. Dass es. Es sollte nicht auf der Straße sein. Und nicht jeder am Weg. Also da geht es nicht. Ist ja leider so. Man muss ja auch ein bisschen drauf achten. Dass es passt. Das sind so eine Stelle. Die man eigentlich ganz gut. So eine Reihe machen könnte. Aber das wie gesagt. Das passt nicht. Von der Länge her. Quer. Quer. Quer wird es gehen. Dass man hier 1, 2. Ineinander haben würde. Wenn man die Geräte vorweg nehmen. Und da könnte man da die Ferkel reinnehmen. Dass man hier 2 nimmt. Und dann hier 1 so. Könnte man so machen. Da wird es nicht stören. Weil da wäre eh kein Fahrzeug. Oder zumindest nicht so viele. Dann wären die genau 3 Stelle Platz. Für viele Schweine. Wie gesagt. Schweine. Gibt es mehr viele. Die müssen ja auch entsprechend. Ich sag mal 3 Schüben. Kann man voll ausreden davon. 3 Schüben meine ich das dabei. Dass die Sauen alle Vierteljahr ungefähr ihren Nachwuchs bekommen. Plus minus. Eher minus. Monat vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen länger. Aber so ungefähr. Und dann hat man ja irgendwann. Anniwender ist nicht gleich Schlagtreib. Die brauchen ja ungefähr 3,4 Liter. Um die entsprechende Schlagtreib zu bekommen. Die richtige Größe. Schweine sind ja da. Weil ich mich schnell dann wachsen. Auch viel Futter. Und dann geht es los. Aber dann wollen wir sehen. Wie ist es am besten klappen. Der Herr ist auch so eine Tiere. Alle Vierteljahrer dann. Verkauft werden. Da haben wir immer viele. Viel Einnahmen. Nur mit Schweinen. Über den Schlachthof. Dann können wir dann Leder verkaufen. Und Fleisch. Und Wurst. Und wir könnten unsere 100. Und 200 Schweine glaube ich. Und man zu 63. 63. Und wenn das immer theoretisch pro Tier 8 Stück sind. Dann kommt man zu Raum. Alle sind jetzt nicht trächtig glaube ich. Aber wenn die meisten. Also wenn Tiere jetzt nicht trächtig werden. Und die werden auch nicht trächtig. Dann gehen die weg. Und dann kommen neue dahin. So das soll es. Für heute gewesen sein. Ich sage mal. Tschüss. Und wenige Winkel. Ciao. Ich hoffe es hat gefallen. Dann. Würde mich freuen. Wenn ihr zur nächsten Folge. Wieder reinschauen würdet. Heute oder morgen. Tschüss.